Hey Leute, Let's Talk About Horror hat jetzt auch einen WhatsApp-Channel, der euch über kommende Aufnahmen, Veröffentlichungen und weitere Infos auf dem Laufenden hält und ist vielleicht interessant für alle, die kein Social Media nutzen, aber dennoch up-to-date sein möchten. Der Link dazu ist in der Podcast-Beschreibung und im Linktree zu finden und ich freue mich über jeden, der mal vorbeikommt. Schön, dass du wieder da bist. Und willkommen bei Let's Talk About Horror. Der Podcast für und von Horrorfans. Ja, hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen Spezial. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Wir wissen alle, dass da draußen auch ganz viele Remakes von echten Klassikern entstanden sind in den letzten vielen Jahrzehnten, aber lange sind nicht alle davon auch wirklich sehenswert gewesen. Und deswegen spreche ich heute mit Robert über die Top 3 der schlechtesten Remakes und ich freue mich darauf, dass er heute zum ersten Mal dabei ist. Bevor es losgeht, möchte ich euch aber noch mitteilen, dass ich am Ende der Folge noch auf eure Kommentare eingehen werde zur vergangenen Folge und zwar zu Backcountry. Da sind bei Facebook, Instagram und auch bei Spotify einige Kommentare eingegangen, wenn auch nicht viele, aber die möchte ich euch gerne mal vorlesen und ein bisschen darauf eingehen. Und wenn ihr zu dieser Folge wiederum Kommentare abgebt, werde ich in der nächsten Folge am Freitag darauf eingehen. Also haut gerne in die Tasten und schreibt fleißig Kommentare, ich gehe dann drauf ein und gebe noch ein bisschen meinen Senf dazu. So, jetzt geht es aber los. Hallo Robert. Hallo Alex. Schön, dass du dabei bist. Freut mich. Ja, danke. Freut mich auch. Das erste Mal heute. Ja, genau. Lang hat es gedauert, aber jetzt bin ich dabei. Das stimmt, das stimmt. So ist es. Freut mich, dass es aber jetzt endlich funktioniert hat und du das erste Mal deinen Auftritt hier hast. Wir machen heute ein Special. Bin sehr gespannt, wie es wird. Ja, ich auch. Ich freue mich ja immer, wenn jemand das erste Mal dabei ist. Das ist ja immer schön, mal eine neue Stimme zu hören und einen neuen Namen zu haben. Wie lange hörst du den Podcast schon? So ungefähr ein Jahr. Okay. Bin großer Fan und habe auch jetzt mittlerweile jede Folge gehört. Sehr schön. Außer die Filme, die ich noch nicht gesehen habe, da will ich mich selber nicht spoilern. Das ist logisch, das ist eine gute Entscheidung, das stimmt, ja. Deshalb verware ich mir die noch auf. Okay, wie bist du an den Podcast gekommen? Weißt du das noch? Ich glaube, ich habe mal irgendwas von Stephen King da eingegeben bei Spotify. Ich glaube Misery oder Shining oder sowas. Ja. Und da bin ich auf deinen Podcast gestoßen und habe da gesehen, du hast noch einige andere Filme besprochen. Und ja, das fand ich ganz interessant und habe mich dann immer weiter reingehört. Ja, das ist interessant. Das ist schon so oft jetzt gewesen, dass die Leute erzählen, dass sie einen Filmtitel bei Spotify eingeben, um zu gucken, ob es irgendwas dazu gibt. Und da hätte ich ja überhaupt nicht gedacht, dass das mal so weit kommen würde, dass man bei Spotify was sucht zu einem Film. Aber das ist ja eine spezielle Podcast-Suche. Du hast doch schon nach Podcasts gesucht. Ja, genau. Okay. Genau. Okay. So, für die Hörer und Hörerinnen, wo kommst du denn her? Damit sie sich so ein bisschen einordnen können. Ja, ich komme aus Aachen. Mhm. Okay. Das ist vielleicht bekannt, ganz im Westen. Ja, klar. In der Nähe von Holland. Und wie alt bist du? 35 Jahre. 35. Aus Aachen. Genau. In zwei Monaten bin ich in Alsdorf. Ja, zum Halloween-Special, denke ich mal. Genau. Ja, ich komme ursprünglich daher. Meine Eltern wohnen immer noch da. Ach, sehr verrückt. Das ist meine Heimatstadt. Das ist ja witzig. Okay. Ja, da ist dieses Festival wieder ja Ende Oktober. Da bin ich auch dabei. Ja. Ja, vielleicht werde ich auch da sein. Ja, sehr schön. Wenn du da bist, dann lass von dir hören. Sag Bescheid. Ja, können wir uns ja mal kurz schließen. Dann können wir uns ja da treffen vielleicht. Genau. Ja, und wenn du mich nicht finden solltest, dann guckst du irgendwann einfach auf die Bühne, weil da stehe ich nämlich dann. Dann mache ich nämlich Interviews. Ja gut, alles klar. Dann findest du mich. Okay. Ja, wir machen heute ein interessantes Special, denn wir reden über ein Thema, das auch schon ein paar Mal angefragt wurde, aber irgendwie kam es nicht dazu und deswegen freue ich mich, dass wir uns darauf einigen konnten. Ja. Wir reden nämlich heute über unsere persönliche Top 3 der schlechtesten Remakes, also die wirklich absolut nicht Not getan haben und das Original, ja, wirklich eher verspottet haben, kann man so sagen. Da haben wir ja gesagt gehabt, entweder, also ganz egal was für Remakes es sind, sei es jetzt ganz alte Filme, die nochmal neu aufgelegt wurden oder Filme aus dem Ausland, wo USA dachte, wir brauchen unbedingt ein amerikanisches Pendant dazu. Da gibt es ja auch sehr viel Schlechtes, aber auch Gutes, das ist ja nicht jedes Remake schlecht. Mal so aus reiner Neugier, hast du nur amerikanische Filme, die wieder neu in Amerika aufgelegt wurden oder bist du eher so von ausländischen Filmen, die dann wieder amerikanisiert wurden? Nee, ich habe nur amerikanische. Du hast nur amerikanische, interessant. Ja. Interessant. Das ist vielmehr ein bisschen schwer, die Auswahl, weil ich habe einige Sachen gar nicht gesehen, also entweder das Remake nicht gesehen oder das Original nicht gesehen. Mhm. Meistens finde ich sogar auch das Remake besser. Ja super, dann bin ich ja mal gespannt. Also bei mir ist das so, das registriere ich aber auch gerade jetzt erst, wo ich auf meine Liste gucke, dass bei mir die originalen Filme alle nicht aus USA sind, also sind alle aus dem Ausland. Aber dann am Ende geht es natürlich bei den Remakes um die amerikanischen Versionen dazu. Das ist so, jetzt so als kleinen Tipp, aber das registriere ich gerade jetzt selber erst, wo ich auf meine Liste schaue. Das habe ich jetzt noch gar nicht vorher gewusst. Ja, ist ja super, dann werden wir uns auch nicht doppeln. Ja, das stimmt. Wir werden uns nicht doppeln, das ist wahr. Dann darfst du natürlich als Gast jetzt hier anfangen. Was ist denn für dich auf Platz drei deiner Meinung nach schlechtesten Remakes? Ja, mein Platz drei ist The Shining, die Stephen King-Verfilmung. Und du redest jetzt von der Fernsehverfilmung dann? Ja genau, also 1980 ist das Original rausgekommen von Stanley Kubrick, verfilmt. Auch absoluter Klassiker, super Film mit Jack Nicholson. Und Stephen King selbst war ja so unzufrieden mit der Verfilmung. Richtig. Und hat deshalb 1997 nochmal ein eigenes Drehbuch geschrieben, war auch selber Produzent. Und ja, der Film ist ziemlich langweilig, finde ich. Der geht auch sehr lange. Das ist als Miniserie rausgekommen. Wie so vieles von King, ja. Der geht 260 Minuten lang. Boah. Und ja, das merkt man auch, der hat seine Längen dafür. Ja, es gab halt wirklich vieles, was nach hinten losgegangen ist, ne. Also als ich damals, ich weiß es noch, ich bin ja Jahrgang 80, ne. Und ich glaube, ja, ich war ja dann so 17, 18, als der bei uns hier ankam. Und damals noch auf Doppel-VHS-Kassette, da hat man ihn dann kaufen können. Und ich habe auch beide gehabt. Und ich mag den Schauspieler gern. Steven Weber oder Weber heißt er, glaube ich. Das ist ein cooler Typ. Also den finde ich super. Der hat auch mitgespielt in Weiblich-Ledig-Jungen-Such. Das ist ein Thriller mit Bridget Fonda. Da spielt er seine, da spielt er ihren Freund. Und das ist wirklich ein toller Schauspieler. Der gefällt mir gut. Den sieht man auch in so ein paar anderen Dingen. Ich kann ihn nicht überall zuordnen. Aber hier als Jack Torrance, wenn du natürlich Jack Nicholson als Vorlage hast, völlig viel besetzt. Ja, finde ich auch. Genau. Ja. Und der Junge ist eine Katastrophe. Also wir wollen jetzt nicht gemeinsam, wir wollen jetzt hier keine Kinder dissen. Aber vergleich den mal mit Danny von 1980, ne. Ja, also der Original-Danny, der ist irgendwie viel süßer. Und dem nimmt man das alles viel besser ab. Das stimmt. Es ist wirklich wahr. Ich, man kann eigentlich da wirklich eine ganze Folge zu machen, was da alles schiefgegangen ist, ne. Der Film ist halt auch einfach nicht spannend, ne. Er ist nicht gruselig. Ja, genau. Er ist nichts. Er bietet einfach, abgesehen von vielleicht wenigen Momenten am Ende, wenn er sich so verwandelt, in Anführungsstrichen. Das ist ja auch keine Axt, mit der er durch das Hotel geht, sondern einen Schläger, ne. Ja, so ein Cricket-Schläger. Cricket-Schläger. Soloschläger. So ist es, ja. Weißt du, wenn er dann da, er verändert sich ja auch im Gesicht. Das macht ja Jack Torrance in Shining nicht. Er verändert sich ja nicht. Das ist aber bei Dorf so, dass er ja immer gruseliger im Gesicht wird. Das ist spannend. Und das ist auch gut gemacht. Also das fand ich nicht verkehrt. Ach, findest du? Ich find's schon verkehrt. Also ich find das Original da schon besser, dass er da einfach menschlich bleibt und im Kopf verrückt wird. Ja, du weißt ja halt dem mit Kubrick nie so genau, was will uns das alles sagen. Ist er nur verrückt? Sind da wirklich Geister? Aber wenn er nur verrückt wird, wer hat ihn dann rausgelassen aus dem Lager? Und du hast ja Fragen über Fragen. Was hat uns das Bild am Ende zu sagen? Also der lässt ja so viel offen. Und das macht ihn ja auch so unheimlich interessant. Und in der Neuverfilmung, die King dann selbst produziert und geschrieben hat, da ist ja völlig offensichtlich, dass es Geister sind. Da ist ja gar keine Frage. Ja, das war ja auch die Prämisse von Stephen King. Er meinte ja beim ersten Film, da ist der Regisseur nicht so sehr drauf eingegangen, dass die böse Macht vom Hotel ausgeht, von diesem Overlook Hotel. Dass der Jack Nicholson in dem Fall, dass er schon von Anfang an so ein bisschen gestört ist. Ja. Und dass es einfach ein Familiendrama ist, was da verfilmt wird. Und deshalb hat er den Fokus dann bei der Neuverfilmung draufgelegt, dass mehr Geister und mehr böse Mächte von diesem Overlook Hotel ausgehen. Also ich habe ja auch nie das Buch von Shining gelesen. Es wird ja als wirklich Meisterwerk betitelt und die finden das ja alle echt super. Für mich ist dieses Buch aber uninteressant geworden, weil es ja immer hieß, dass sich diese Neuverfilmung von Shining mehr nach dem Buch richtet. Also es geht mehr nach der Buchvorlage. Dadurch, dass ich den Film aber so unfassbar lahmarschig langweilig finde, ist für mich deswegen das Buch uninteressant geworden. Ja gut, das ist verständlich. Hast du von King mal was gelesen? Ja, ich bin großer Fan. Ich habe fast alle Bücher gelesen. Ehrlich? Bist du großer? Wow. Also für mich ist das beste Buch ja immer noch Friedhof der Kuscheltiere von ihm. Ja, das höre und lese ich sehr gerne. Das finde ich super, immer wieder. Ja, mein Favorit ist Der Nunkle Turm. Das ist eine Reihe von sieben Büchern. Ja. Und das betrachtet auch Stephen King selbst so als seinen Zenit. Und ja, das ist mein Favorit. Und danach würde ich sagen The Stand. Aha, okay. Das habe ich mal angefangen zu lesen, aber dann irgendwann aufgehört, muss ich zugeben. Ja, ist sehr lang das Buch, aber ist wirklich super. Okay. Ja, was gefällt dir denn noch anscheinend nicht so? Also der Look ist halt auch furchtbar, ne? Der ist halt so, das ist ja auch, das Format ist ja 4 zu 3, das ist ja dieses Fernsehformat ist ja noch. Das war ja nicht dieses 16 zu 9 Bildformat. Der ist so unheimlich hell. Ja, es spielt halt im Winter, da fällt viel Schnee, deshalb wirkt das alles ein bisschen heller. Ja. Und es ist irgendwie eine sehr triste Atmosphäre. Das wirkt dann auch sehr langweilig. Und es kommt nicht so an das Original rein. Ja, und das Hotel ist auch nicht so imposant und so genial und riesig wie jetzt im Original-Shining-Film. Das ist zwar ein schönes Gebäude, also auf jeden Fall. Aber auch, dass das am Ende explodiert, selbst wenn das King so geschrieben hat damals, gefällt mir gar nicht. Also, ich weiß nicht, also Kubrick hat wahrscheinlich diese Idee genommen und so viel verändert und vielen wahrscheinlich das Buch madig gemacht durch seine Verfilmung. Viele wollten wahrscheinlich sein Buch gar nicht mehr lesen, denke ich, aufgrund, weil die das natürlich alle mit dem Film in Verbindung bringen. Ja, also das Original ist halt eine Abweichung in vielen Punkten vom Buch, aber es ist ein super Film und das, so soll es ja auch sein eigentlich. Ja. Und das Remake ist halt näher am Buch dran, aber ist halt kein guter Film geworden am Ende. Ja, das stimmt. Ich weiß, dass ich ihn damals als Jugendlicher gesehen habe und fand ihn gut. Also mir hat er damals schon gefallen. Aber wenn ich das jetzt aus den Augen eines Erwachsenen mal angucke, dann merke ich schon, dass hier nichts passiert. Ja, auch wenn man heutzutage da wieder drauf zurückguckt, der ist von 1997, man sieht schon an der Technik, an den Masken, dass das alles ein bisschen schlecht gemacht ist. Ja, und es ist halt auch, weißt du, letzten Endes kommen diese ganzen Geister in Anführungsstrichen ja nur immer mit ihren Anzügen, ja, die doch dann da Party machen. Und dann sagt doch dann dieser verrückte damalige Hoteldirektor, großartige Party und kommt mit seiner Maske. Und das ist doch nicht spannend, das ist nicht gruselig, das ist einfach nur langweilig und lahmarschig. Wenn man das vergleicht mit, weißt du, wenn Jack Nicholson in den Golden Room geht und dann, klar sind die da auch alle nur am Tanzen und die Band spielt im Hintergrund. Aber trotzdem hast du dieses Gefühl von Unbehagen, was da ständig in der Luft liegt. Das hast du bei der Neuverfilmung nicht. Ich kann mich auch an gar keine großartigen Szenen erinnern von der Neuverfilmung. Ja, da habe ich beim Original einfach viel mehr Szenen, die im Kopf geblieben sind. Und zum Beispiel, wie er da mit diesem imaginären Kellner redet, immer der Whisky anbietet, der ihn da betrunken macht. Lloyd, ja. Ja, also das kann ich mich, das habe ich richtig vor Augen. Und bei der Neuverfilmung gibt es da wenig Szenen, wo ich mich noch dran erinnern kann. Ja. Hast du denn die Doppelfolge gehört hier, die ich gemacht habe mit Gabi zusammen zu Shining? Bestimmt, ja. Das ist eine sehr interessante Folge. Die erste, momentan noch einzige Doppelfolge, die es gibt zu einem Film, weil wir über Shining natürlich so viel zu sagen haben. Das geht über vier Stunden. Ah ja, ich erinnere mich, die Folge, die über zwei geht, ja. Ja, das war sehr interessant. Also kann ich auch jedem empfehlen, der da noch nicht reingehört hat. Ja, aber hätte ich jetzt, wäre ich nie darauf gekommen, dass du jetzt mit Shining kommst. Aber absolut gerechtfertigt. Das ist wirklich, wirklich ein sehr schlechtes Remake. Und die, die das Original kennen, also ich kann mir nicht vorstellen, wer sagt, ihm gefällt die Fernsehfassung besser als Kubik. Ja, gerade weil das Original so gut ist, ist das Remake halt dementsprechend schwach. Ja, so ist es. Noch was zu zu sagen oder hast du alles gesagt, was du sagen musstest dazu? Ich glaube, ich habe alles gesagt. Okay, dann würde ich mal auf meinen dritten Platz kommen, ja? Ja. Bin ja gespannt jetzt darauf, ob du weißt, wovon ich spreche, weil das nämlich ein, ja, asiatischer Film ist, mit dem ich jetzt komme, als Original. Mein Platz drei der wirklich schlechtesten Remakes, wo ich echt enttäuscht war, ja, ist von The Eye, also das Auge. Okay. Sagt dir das zufällig was? Ja, ich kenne es von deinem Podcast, du hast schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber ich habe ihn leider noch nie gesehen. In Ordnung. Hast du was verpasst? Also hier muss ich echt eine große, große Empfehlung aussprechen, weil das eines der, also wirklich einer der spannendsten Horrorfilme ist, die ich je gesehen habe, ja? Ja, der hat so viele Szenen am Stück, immer wieder, du hast dich von der einen Szene noch gar nicht erholt, hast noch so viel Puls, dass da schon die nächste Szene kommt, wo du die in die Hose machst. Und dann kommt da noch eine Szene, also ich weiß noch, dass ich eine Szene in dem Film gesehen habe, da hatte ich eigentlich das Gefühl, mein Herz steht im Moment. Da habe ich gedacht gehabt, ich glaube, es schlägt gerade nicht mehr. Ja, wow. Ja, also um mal kurz anzuschneiden, also es steht auf der DVD, die würden chinesisch reden, das halte ich für einen Fehler. Ich glaube nicht, dass das ein chinesischer Film ist, absolut nicht. Es scheint eher ein thailändischer Film zu sein, das bin ich mir jetzt aber auch nicht ganz sicher, aber chinesisch glaube ich auf keinen Fall. Und zwar geht es hier ja darum, um eine junge Frau, die schon immer blind war und dann eine OP bekommt und jetzt endlich sehen kann. Oder ich glaube wiedersehen kann, die war als Kleinkind blind geworden. Und die Augen, die sie aber bekommen hat, sind von einer Toten und natürlich hat sie jetzt Vision. Das Original ist aus dem Jahr 2002 und das Remake, worum es jetzt hier eigentlich geht, ist von 2008 mit Jessica Alba. Und die ist ja schon ein Name, ja. Und als ich gehört habe, dass sie diesen Film jetzt neu machen werden fürs amerikanische Publikum, war ich begeistert, weil ich mir dachte, dieser Film, der muss bekannter werden. Und was dann da letzten Endes kam, war so eine lahmarschige Scheiße. Es war eine Schande. Die wollten ja nicht eine Eins und Eins alles nachmachen, die wollten ja schon ihren eigenen Stil reinbringen, was allerdings dafür sorgte, dass es so gut wie gar nicht irgendwie Spannung aufkam. Es war wirklich, wirklich langweilig. Und ich war entsetzt. Okay. Weißt du, das Original, ich habe es gerade gesagt, das hat so viele unfassbar spannende Szenen. Hier muss ich mich auch wiederholen jetzt, wenn man sich den Film anguckt, auf jeden Fall im asiatischen Original schauen, mit Untertiteln, weil die asiatische Sprache zur Spannung mit beiträgt. Es gibt diese eine Szene, wo sie kurz nach ihrer OP diese alte Frau im Flur sieht, aber die sieht sie ja nur unscharf, weil sie ja gerade die OP hatte. Und die steht dann vor ihr und kommt aber so auf sie zugeschwebt, bleibt aber konstant im Unscharfen. Und die Musik wird immer spannender und spannender und spannender, weil du meinst, gleich ist sie im Scharfen, aber ist dann doch immer noch unscharf. Und dann hörst du dann ihr asiatisches Gerede, was dann so wieder heilt und heilt ihr immer weiter noch nach. Und sie sagt da, mir ist kalt. Und das ist aber im Original so gruselig, dass es dir durch und durch geht. Aber im Deutschen und dann auch noch schlecht synchronisiert gibt es halt einfach nur, mir ist kalt, weißt du. Und das gruselt dich in keinster Weise. Und da geht viel von der Spannung, von Grusel verloren in der Synchronisation. Verständlich. Es ist aber nur eine Szene von vielen. Also es gibt dann auch eine, wenn sie zum Beispiel essen geht und sich dann so einen Topf Nudeln dann so machen lässt. Und dann sieht sie dann halt auch wieder diese Frau, die dann so angeschwebt kommt. Und dann siehst du die nur so halb, also ihr halbes Gesicht, wie sie mit so einer ekelhaften Zunge über das ganze Fleisch leckt, das da aushängt und so. Und das mit der Musik, das ist nur so Schlagzeug, so bam, 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 bam. Das ist, boah, das geht ihr so durch und durch. Das ist so gruselig. Und eine andere Szene auch, da lernt sie schreiben und dann gibt es dann plötzlich dann so eine Stimme und auch hier im Asiatischen geht ihr da alleine schon, gibt es da eine Gänsehaut. Wie sie denn, dieses Mädel sagt, warum sitzt du auf meinem Stuhl? Und dieses Mädel dreht sich um, weil da ganz entsetzt, weil da halt dieses blasse Mädchen im Eck steht. Und als sie dann zum Lehrer guckt, der das nicht mitbekommt, die ist alleine, ja, die ist nur sie in dem Saal, guckt sie wieder hin, Mädchen ist weg. Und dann guckt sie sich um, wo ist sie auf einmal? Und du erwartest natürlich, dass sie irgendwann wieder kommt. Aber die kommt nicht plötzlich ins Bild und erschreckt dich so, sondern die Kamera fährt auf einmal einen Meter vor. Und sie steht hinter ihr plötzlich. Das ist einfach so genial gemacht und du rechnest damit nicht. Und du, das ist so ein Schreck. Ich habe so in die Hose geschissen damals. Alter Schwede. Ja, okay, hört sich sehr interessant an. Muss ich mir mal angucken, das Original. Wirklich unbedingt machen. Also große, große Empfehlung. Das ist mit einer der spannendsten Filme. Und ich habe den damals gekauft. Den habe ich bei Amazon England bestellt, weil es den hier gar nicht gab, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und dann kam der dann mit englischen Untertiteln an. Und ich dachte mir noch so, ja, guckst du mal rein jetzt, weißt du so. Ich habe mir gar nicht so viel darüber gedacht. Und Gottes Willen, was hatte ich die Hosen voll. Und jetzt kommen wir mal zum Remake. Das, was sie dann versucht haben mit Jessica Alba nachzumachen, ist nicht einmal zu 50 Prozent gelungen. Es ist wirklich, wenn überhaupt, 30 Prozent. Ein Film, den du anguckst und direkt ausmachst und vergessen hast, der hat alleine diese Frau, die sie da sieht, das habe ich noch so vage in Erinnerung. Und das ist einfach nur so eine ungepflegte alte Frau, haben sie sie halt einfach nur gemacht, während die hier im Original ja eher wirklich ein Geist ist. Da haben die sich nicht mal die Mühe gemacht, einen Geist zu machen, sondern einfach nur eine Frau ein bisschen blass geschminkt. Das war so schlecht. Und ich war entsetzt, wie man dieses tolle Original so verschandeln konnte. Und Jessica Alba konnte auch nichts mehr rausreißen. Nein, Jessica Alba konnte auch nichts rausreißen. Absolut nicht. Größte Empfehlung, ich habe es schon so oft gesagt, unbedingt The Eye gucken, das Original und nicht aus, am besten Kopfhörer noch auf und dann sich diesen Film anschauen. Also man macht sich wirklich, wirklich in den Wrack. Also da muss man schon knallhart sein, wenn man da nicht ein paar Mal zusammenzuckt. Da gibt es auch eine Szene mit einem Aufzug und geht sie in den Fahrstuhl, um nach oben zu fahren. Und dann erscheint hinter ihr auf einmal ein alter Mann. Der steht in der Ecke, der war vorher noch nicht da. Und ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen. Man muss es sich angucken. Es ist Puls ohne Ende. Ja, okay. Ja, man hört, du bist begeistert. Ja, absolut. Also wenn er einen Film abliefert, dann sage ich das auch. Und das tut dieser Film hundertprozentig. Wie ist es denn mit dieser Augenoperation? Sieht man da Details? Nein. Oder ist das nur so nebensächlich? Nein, das ist so nebenbei. Okay, weil das könnte ich mir ja nicht gut angucken. Nee, okay, also ich kann sowas auch nicht sehen. Also es ist, der Film fängt glaube ich so an, da hatte sie schon ihre OP, meine ich. Also ich glaube, der beginnt halt damit, dass sie ihr den Verband abnehmen und dann soll sie die Augen öffnen. Und dann ist sie ja noch trotzdem noch ein paar Tage im Krankenhaus. Und ich glaube, dass das Ende nicht mehr ganz so toll ist. Irgendwann kommen so die letzten 15 Minuten, die flachen dann so ein bisschen ab. Aber trotzdem das, was der vorher geboten hat, mit seinen Gruselszenen, das war ungesehen. Also das hatte ich vorher noch nicht erlebt. So viel Spannung in einem Film innerhalb so kurzer Zeit. Es kann gut sein, dass ich ihn schon mal irgendwo gesehen habe in einer Filmbörse und wo ich mir dann gedacht habe, ah, da geht es um Augen. Und wenn da irgendwie Augen verletzt werden, das kann ich mir nicht angucken. Und vielleicht habe ich den deshalb links liegen lassen. Nee, das siehst du nicht. Also da gehen sie nicht drauf ein. Ja, das ist mein Platz drei. The Eye. Ja. Dann habe ich nur gewählt, was sich es reimt jetzt, weißt du. Okay, dann bin ich ja mal gespannt auf deinen zweiten Platz. Ja, mein zweiter Platz, auch ähnlich wie der erste, ist ein Klassiker, das Original, Nightmare on Elm Street. Oh ja. Von 1984 und Neuverfilmung ist von 2010. Ja. Und ja, kommt leider überhaupt nicht an das Original ran. Nein, das war auch so eines der unnötigsten Remakes. Also ich habe ja eine Liste gemacht, wo auch mit schlechten Remakes und auch mit Remakes, die kein Mensch braucht und die natürlich trotzdem schlecht sind. Und da habe ich Nightmare auch stehen. Das war doch absolut unnötig. Es gibt so viele Remakes, die so unnötig waren. Warum zum Teufel? Warum? Also das versteht kein Mensch. Und Nightmare ist doch da wirklich absolut dabei. Ja, auch allein schon der Schauspieler, die Maske von ihm. Und ich glaube, er ist viel kleiner als der Original-Schauspieler. Das wirkt alles sehr seltsam und nicht so cool. Was hat man sich denn dabei gedacht? Warum tut man so einen Kult-Horrorfilm nehmen und meint da ein Remake machen zu müssen von? Weil das ist doch völlig offensüchtig. Ja, ich finde die Grundidee eigentlich schon ganz gut. Weil der Film ist von 84, der ist jetzt 40 Jahre alt ungefähr. Da wird schon mal Zeit, das neu zu verfilmen, das nochmal in eine neue Zeit zu bringen, cooler zu machen. Aber das ist da leider nicht gut gelungen. Es ist aber auch schwer. Es ist eine hohe Latte, weil es halt wirklich ein Klassiker ist. Ja. Jeder kennt es. Es ist Kult geworden mittlerweile. Und du hast ihn dann zum ersten Mal im Kino geschaut damals oder dann irgendwann zu Hause? Zu Hause. Ich glaube, der ist auf Netflix drauf. Okay. Und erzähl mal, was genau, wenn du das jetzt vergleichst mit dem Original, ist denn alles schlecht? Ja, also es fängt eigentlich ganz gut an mit so einer Szene im Diner. Die gibt es im Original gar nicht. Ja. Da sieht man dann einmal aus der Perspektive von Freddy, aus dieser Traumperspektive, wie da jemand umgebracht wird. Und in dem Daimler sind halt noch andere Leute, die sehen den Freddy halt nicht. Und die denken, der Typ, der da ermordet wird, der begeht Selbstmord. Ach ja. Und das fängt eigentlich ganz gut an. Ist eigentlich ganz cool gemacht. Nur dann lässt es nach. Der Film ist halt ziemlich nah am Original. Also es passieren manchmal sogar dieselben Szenen nochmal. Okay. Aber halt immer ein bisschen schlechter dargestellt. Finde ich die Schauspieler auch nicht so toll belegt. Also ist das keine neue Interpretation? Das ist ja so praktisch der gleiche Film, nur neu erzählt. Also jetzt nicht eine neue Geschichte. Ja, genau. Und wo der große Unterschied ist, im Original ist der Freddy Krüger ein Kindermörder. Ja. Und hier im Remake wird er so als Pädophiler dargestellt. Ach so. Okay. Oder er ist ein Pädophiler, der die Jugendlichen, die da mitspielen, die hat ja wohl alle schon mal zu Kindertagen belästigt oder missbraucht. Okay. Aber die Jugendlichen, die können sich in dem Remake alle nicht daran erinnern, dass das passiert ist. Und die haben da irgendwie alle dieselbe Gedächtnislücke und haben das vergessen und erfahren das erst durch die Eltern wieder. Und warum ist das so? Weiß ich auch nicht. Das frage ich mich auch. Weil die jetzt so jung waren alle? Oder warum wissen die das alle nicht mehr? Ja, wahrscheinlich haben sie es verdrängt. Aber dass sie es alle so gleichzeitig verdrängt haben, ist schon sehr kurios und unglaubwürdig. Ja. Also ich weiß, dass ich ihn mir damals gekauft habe, als er dann rauskam. Ist der schon von 2010? Ist der schon so alt, ja? Ja. Ich habe den mir damals besorgt. Es gab ja mal eine Zeit, wo ich auch wirklich viel Neues mir gekauft habe, ohne es schon geguckt zu haben. Das machen ja heutzutage auch viele. Aber ich bin eher mittlerweile so ein Typ, dass ich mir Filme erst dann kaufe, wenn ich sie mal gesehen habe. Weißt du, wenn ich dann halt wirklich weiß, es lohnt sich auch, das Geld dafür hinzulegen. Und ich habe dann zu dem Zeitpunkt noch woanders gewohnt und abends mir gedacht, so, jetzt bin ich ja mal gespannt auf die geniale Neuverfilmung von Nightmare und war ja auch entsetzt. Ich meine, natürlich, wenn du jetzt mal wegguckst vom Original, dann ist das ein gut gemachter Film. Also der ist ja jetzt nicht wirklich billig und mega schlecht, das ist er jetzt nicht. Aber man vergleicht ihn natürlich mit dem Original und das ist so unnötig gewesen und sowas von lahmarschig auch und dann bietet er auch nicht viel Neues und dann hat er auch, wie du schon gerade sagtest, die Maske ist ja nicht so gut. Die Freddy Krüger Maske eigentlich ist ja dieses vernarbte, verbrannte und hier haben die ein bisschen übertrieben mit seiner Maske. Er hat ja, das ist ja alles nur Narbengewebe so, ne? Ja, sieht sehr seltsam aus. Also irgendwie gar nicht mehr so cool wie am Original. Ja, ja. Wie findest du die Reihe generell? Ist der erste Teil für dich jetzt super und der Rest nicht mehr so? Oder was würdest du generell zu der Freddy-Reihe sagen? Also ich hab die ganze Reihe gar nicht gesehen, nur den ersten Teil. Ach ja. Ich bin kein großer Fan davon, aber der erste Teil ist halt schon cool, den sollte man gesehen haben als Horror-Fan. Das stimmt, ja. Ist halt cool, den jungen Johnny Depp da zu sehen. Ich glaub, in seiner ersten Rolle. Ja, so ist es. Er war noch sehr jung und unschuldig und wir sehen ja jetzt, was ihm geworden ist, ne? Ja, genau. Er hat ein paar Falten mehr. Ja, er ist nicht zum Positiven, ne? Hat er sich verändert, das muss man ja echt sagen. Nee, das stimmt. Ja. Ja, mir geht's da bei Nightmare eh nicht, ne? Ich hab zwar die Box hier mit allen Teilen, aber kam noch nicht dazu, überall reinzugucken. Der erste ist mir natürlich bekannt, logischerweise. Der zweite hab ich jetzt vor einigen Wochen mal reingeschaut in den zweiten Teil. Endlich mal. Und war ziemlich gelangweilt, muss ich sagen. Ich glaube, der zweite, boah, der war jetzt nichts Besonderes. Das muss ich, jetzt kam mir auch irgendwie raus, dass Nancy, genau, da ist es so, dass sie ja dann wohl ein Tagebuch geschrieben hat, wo sie ja dann irgendwie ganz heiße Gedanken niedergeschrieben hat, wenn sie also den Johnny Depp Charakter dann am Fenster sieht. Wo ich mir so dachte, nee, das glaub ich aber jetzt nicht. Also ich mein, die ist so ein zurückhaltendes junges Mädel, weißt du, im ersten Teil eigentlich. Und jetzt schreibt sie so ein heißes Tagebuch, weißt du, wo du dir das Oberteil ausziehen musst, wenn du das liest. Ich weiß, du weißt es jetzt, du kennst es jetzt ja nicht, aber das hab ich nun überhaupt nicht abgenommen, dass sie dieses Tagebuch geschrieben hat, in der, zur Zeit des ersten Teils, ja. Aber irgendwie fand ich das so lahmarschig, den zweiten, dass ich nicht mehr weitergeschaut hab. Aber mir wird ja immer wieder gesagt, dass der dritte so geil sein soll. Also der muss ja wirklich mega spannend und gruselig sein. Also den muss ich echt mal gucken. Unbedingt. Also der dritte soll toll sein. Okay. Ja, muss ich mir auch irgendwann mal reinziehen. Man muss, aber man hat zu wenig Zeit, ne? Das ist das Problem. Ja, ja, da muss man ja noch tausende Filme quoten. Richtig, richtig, so ist es. Okay, aber das ist dein Platz zwei, also Nightmare. Ich bin natürlich sehr gespannt, was du jetzt auf eins hast, ne? Also, ja, wie gesagt, ich hab ja erwähnt, dass mein, jeder Film bei mir eigentlich ein ausländisches Original ist. Jetzt hatten wir ja mit The Eye ein wahrscheinlich thailändisches Original. Ich weiß es halt einfach nicht genau, wo er herkommt. Vielleicht auch aus den Philippinen, ich kann's ja echt nicht sagen, aber auf keinen Fall aus China. Und, ähm, ja, mein zweiter Film ist ursprünglich aus Dänemark. Mhm. Und da geht es jetzt um das amerikanische Remake. Hast du da eine Idee, wo ich jetzt komme mit? Nee, aus Dänemark fällt mir keiner ein. Okay. Ja, aber ich denke, viele wissen jetzt, was ich meine. Und zwar rede ich von dem Remake zu Nightwatch von 1994. Kennst du den? Habe ich leider auch nicht gesehen. Okay, da fehlt dir leider auch ganz schön was, muss ich echt sagen. Okay. Also, Nightwatch ist von Ole Bornedal inszeniert. Ein, ähm, superklasse Thriller, wie gesagt, aus Dänemark, spielt in Kopenhagen. Da haben wir Nikolaj Kosta-Waldau in seiner ersten Rolle, der ja jetzt auch vielen bekannt ist, ähm, nicht, natürlich auch wegen Game of Thrones, was ich selber nie geguckt hab, aber er hat auch in sehr vielen anderen Filmen mittlerweile mitgespielt, also das ist schon ein echt bekanntes Gesicht. Kim Bodina ist ja auch sehr bekannt, äh, dänischer Schauspieler, der ja auch in Die Brücke jetzt noch zu sehen war und, ähm, also ganz viele dänische bekannte Gesichter. Jedenfalls ist es so, dass, ähm, Nightwatch ein wirklich richtig toller, spannender Film ist. Ich habe den vor wenigen Monaten erstmal wieder geguckt, und zwar im April, weil ich ja auch in Kopenhagen war, ähm, kurz darauf. Ich habe da so versucht, ein paar, ähm, Punkte zu besuchen, wo die dann auch so gedreht haben. Das mache ich natürlich dann schon, wenn ich dann auch mal da bin. Und, äh, ja, und das Remake, um das es hier geht, heißt Freeze, mit Nick Nolte als Bösewicht und mit Ewan McGregor, der natürlich ein sehr bekannter Schauspieler ist mittlerweile, und Patricia Ackett spielt hier seine Freundin, und der Film wurde auch vom gleichen Regisseur inszeniert. Also, ebenfalls hat Ole Bornedal den hier jetzt in Amerika gedreht, aber ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Es handelt sich hierbei um so eine lahmarschige Schlaftablette von Filmen. Also, entzündlich. Kannst du ein bisschen erklären, worum es geht, was passiert? Ja, klar, natürlich. Also, der Film geht darum, dass, ähm, unser Hauptdarsteller einen, ähm, Nebenjob anfängt als, ähm, Nachtwächter in einer Leichenhalle. Oder, sagen wir mal, in einem Krankenhaus, aber er ist für Leichenhalle zuständig. Und er muss alle 30 Minuten oder Stunde, was auch immer, ähm, durch die gewissen Punkte laufen und hat ja dann so ein Teil mit, wo er dann mit dem Schlüssel so reingeht. Da ist wahrscheinlich wie so eine Art Eieruhr drin, ähm, damals, damit der auch nachgewiesen werden kann. Er ist dann in den Runden gegangen, ne, logischerweise. Und diese Schlüssel sind halt überall verteilt. In, in Räumen mit den ganzen, ähm, Körperteilen drin. Dann in, natürlich auch in der Kühlkammer, wo ja dann unten die ganzen Toten sind. Die ja dann auch dann aufgebahrt sind, aber mit einer Decke über sich drüber. Und nachts hat er dann natürlich echt schon richtig Schiss. Und, äh, ja, aber er gewöhnt sich dann allmählich daran. Auch wenn er richtig Angst hat. Natürlich zuerst. Und er ist ja ganz alleine. Das ist schon gruselig. Dummerweise treibt aber ein Serienkiller sein Unwesen in Kopenhagen gerade. Und die ganzen Opfer kommen dort an. Und er muss das halt ständig mitkriegen, wenn halt die toten Mädels angefahren kommen. Das sind meistens Prostituierte. Und muss dann auch, und das heißt, muss nicht, aber er guckt dann halt auch zu, wie sie die dann halt auch untersuchen zuerst. Und das macht ihm ja tierisch Angst. Und kommt dadurch mit in die Ermittlungen. Und ist aber auch dadurch irgendwann sogar in der Schusslinie. Also es geht dann so weit, weil er auch gerade sein kranker Freund dann ja dann eine Prostituierte mit ins Spiel bringt. Die machen dann so Späße miteinander. Die, die fordern sich heraus. Ja, und dann soll er es halt auch mit ihr tun. Was er aber nicht will, weil er ja eigentlich eine Freundin hat. Aber er tut es ja auch. Jetzt ist diese Prostituierte aber auch bei diesem Serienkiller schon praktisch auf der Liste gekillt zu werden. Und die sind ja mit ihr aber so verbunden. Und deswegen hängen die halt mit in der Ermittlung. Und aber auch als Opfer drin eventuell. Also Nightwatch ist ein absoluter, kultiger Thriller. Und muss man unbedingt mal gesehen haben. Okay, kommt dann auch auf meine Liste. Macht das ja. Aber guck, dass du auch das Original schaust. Und jetzt nicht das Remake. Das Remake ist leider eine absolute Hühnerscheiße geworden. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber ich verstehe auch nicht Patricia Arquette in dem Film. Die wirkt so, als wäre sie die ganze Zeit zugekokst. Also wenn sie sich mit ihm unterhält, dann guckt die so apathisch aus dem Fenster. Und greift dann nach so einem Sticker, der dann da klebt. Und den streichelt sie so langsam sanft. Und wo ich mir so denke, Mensch Frau, werd mal wach. Was ist denn los mit dir? Also ich verstehe das nicht, was da schief gegangen ist. Nick Nolte ist natürlich ein Top-Schauspieler. Aber auch er wirkt hier absolut unter seinem Potenzial. Er bietet gar nichts. Der Film wird auch so schnell runtererzählt, so gefühlt. Die mussten hier einen Handlungsstrang auch komplett ändern. Weil in Dänemark ist es wohl gerade, also zumindest damals auch normal gewesen, dass eine junge Frau Pastorin werden möchte. Das hätte halt in Amerika kein Schwein abgekauft. Und deswegen mussten die ihren Handlungsstrang komplett ändern. Was dann aber wiederum zu ganz anderen Szenen geführt hat, die ja in Nightwatch so toll waren. Dann auch gerade so ein bisschen Comic Relief, was ja dann auch kommt später in der Kirche. Das fehlte ja völlig. Da kann man eigentlich, also sollte man eigentlich nicht mehr zu sagen. Also das ist ein wirklich richtig schlechter Film. Und ich habe ja den Audiokommentar zum Original gehört, den Ole Bornedal ja auf Englisch auch gegeben hat. Und er meint, dass er sich wundert, warum das amerikanische Remake nicht so gut ankommt. Da hätte ich ja liebsten gesagt, natürlich kommt das nicht an. Der Film war auch scheiße, was du da gemacht hast. Du machst so einen tollen Film in Dänemark, aber dann nur wenige Jahre später so eine Grütze in USA. Trotz mehr Budget natürlich und besseren Namen. Also ich gehe davon aus, dass mir da viele zustimmen werden. Das war absolut nichts. Ja gut, zu dem Film kann ich jetzt nichts zu sagen. Aber es ist ja, ich frage mich allgemein, warum müssen die Amerikaner immer alle ausländischen Filme neu verfilmen? Warum muss es da immer noch eine amerikanische Version von geben? Ja, das habe ich gestern erst gelesen, als ich mich noch ein bisschen durchforscht habe, das Internet zu titeln. Die Amerikaner wollen keinen Untertitel lesen. Die sind halt einfach so extrem. So faul. Ja, das ist es. Die sind einfach so krass, dass sie sagen, uns langweilt das Untertitel lesen. Weil die das ja auch ihr ganzes Leben niemals machen mussten und müssen. Alles, was in ihrem eigenen Land produziert wird, ist halt nun mal in ihrer eigenen Sprache. Ja, und wenn da jetzt etwas aus dem Ausland kommt, dann ist das für die nicht interessant, weil, ach, ich lese doch keine Untertitel. Ja, und deswegen verpassen die viele gute Filme. Und das ist der Grund, warum mir dann aber dann die Produzenten sagen, das ist ein Top-Film. Den bringen wir jetzt einfach hier ins Kino und machen den neu. Und dann macht man ordentlich Geld und die Leute sehen halt diesen guten Film. Und dass die da nicht mal gelernt haben mittlerweile, lass das Original doch einfach gut sein. Es gab mal eine, ähm, britische Sitcom, die wirklich unfassbar köstlich ist. Äh, die heißt Coupling. Super lustig. Einer der besten Sitcoms meiner Meinung nach. Und das ist halt britisch. Und das wollten die Amis halt auch nicht sehen. Und da haben die gesagt, wir machen diese Serien dann nochmal fürs amerikanische Fernsehen. Und diese ganzen Figuren, weißt du, sind natürlich jetzt nicht die gleichen logischerweise. Und das war so schlecht. Es war so unfassbar schlecht. Die haben nach wenigen Folgen schon aufgehört weiter zu produzieren, weil die einfach sowas von zerrissen wurden. Ja. Okay. Haben sie die Office ja auch gemacht. Da gibt es auch eine britische Version von. Und die haben sie ja dann nochmal das amerikanische gemacht. Obwohl ich das amerikanische Beispiel da auch super finde. Sehr lustig. Ja, ich habe Office ja nie gesehen. Ich kenne ja auch das deutsche Pendant dazu nicht. Mich nie so richtig gereizt und interessiert. Aber da siehst du es mal auch. Ja. Dann hat das ja wohl mal funktioniert mit The Office, ne? Das ist ja damit, wie die Office funktioniert, ja. Ja. Aber gut. Es gibt ja aber auch gute amerikanische Remakes, ne? Das ist natürlich eine eigene Folge. Es ist ja nicht jedes Remake, ähm, ähm, wirklich schlecht. Das, das muss man ja wirklich sagen. Aber, ähm, hier bei Freeze ist es wirklich nah hin losgegangen. Und das ist sogar noch so umso schlimmer, weil wir hier vom gleichen Regisseur reden, ja? Ja, also da denkt man sich, mein Gott, das kann doch nicht wahr sein, ja. Ja, er müsste eigentlich wissen, was er tut. Richtig, richtig, ja. Aber, oder die Produzenten hingen ihm zu sehr im Nacken und er konnte sich halt nicht so wirklich entscheiden, was er will. Was ja halt bei, ähm, 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 vielleicht beim dänischen Original damals nicht der Fall war, ne? Da konnte er wirklich entscheiden, was passiert. Ähm, ich erinnere mich auch an eine andere Szene. Und da habe ich damals zum ersten Mal gedacht, oh je, oh je, das geht hier wirklich nach hinten los. Da hat dann Ewan McGregor in seinem, ähm, Stuhl gesessen, der natürlich Rollen hatte, so einen Bürostuhl. Und dann ist er damit dann, während er Musik hört, durch diese große Halle gefahren, hat sich dann so rollen lassen. Aber dann die Arme so hoch und wirkte dann auch, wie Patricia Ackett, so zugedröhnt dabei. Weißt du, und das war dann auch so gefilmt mit der Kamera ganz nah im Gesicht. Und ich denke mir nur, was stimmt denn hier nicht? Das ist doch im Original nicht gewesen. Warum sind die alle hier zugedröhnt? Vielleicht sollte das irgendwas aussagen. Ich weiß es nicht. Ich war entsetzt. Es war wirklich schlecht. Aber gut, okay. Ich habe mich jetzt, glaube ich, meinen Standpunkt, ähm, 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 ja, ausgesprochen. Hast du klar gemacht, ja. Habe ich klar gemacht, so ist es, ja. Aber guck dir das Original mal bitte an. Also das sind wirklich, äh, das sind zwei Filme, die du unbedingt mal schauen musst. Ja. Ich befürchte, den dritten werde ich auch nicht kennen. Ich denke auch, ja. Ich denke, dann hast du schon drei Filme, die du schauen musst nachher. Ja, okay. Gut, dann darfst du uns jetzt mit deinem ersten Platz begeistern. Ich bin gespannt. Ja, ist ähnlich wie Nightmare on Elm Street, ist auch ein Klassiker, Freitag der 13. Ach ja, guck an. Freitag der 13. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Warum denn der? Ja, genau. Also wie gesagt, ähm, das Original ist ein Klassiker von 1980. Ja. Ist jetzt auch nicht so mein, ähm, mein Lieblingsfilm, ist auch nicht der beste Film, wie ich finde. Aber er hat halt schon einen Kultstatus. Ja. Und was sie da 2009 mit ihm gemacht haben, das geht gar nicht, finde ich. Es ist auch keine, keine richtige Neuverfilmung. Sie haben da vieles geändert. Das ist eine ganz andere Grundstory. Aber es ist einfach ein schlechter Splasher geworden am Ende. Okay. Produzent ist Michael Bay. Und das sieht man auch direkt. Das stimmt, man erkennt schon, dass er irgendwie die Finger mit im Spiel hat, ne? Das merkt man raus. Ja, auf jeden Fall. Ich dachte am Anfang irgendwie, das ist jetzt nur einmalig. Das hat er mal reingebracht, weil das irgendwie sein Lieblingseffekt ist. Aber das zieht sich so alle zehn Minuten durch. Ja. Und der Film spielt da überwiegend im Wald. Und da passt es überhaupt nicht hin, wenn die mit so einer kleinen Taschenlampe durch den Wald laufen, dass da so ein riesen geiler Effekt von blauem Licht kommt. Also das passt sehr gut zu Transformers. Wenn die Transformers da im Weltall mit ihren Raumschiffen rumfliegen und sich irgendwie das Sonnenlicht in ihrem Metall spiegelt, dann ist das ein super Effekt, der sehr passend ist. Aber in dem Film total unangebracht. Ja. Also der Film ist ja von einem deutschen Regisseur, Markus Nispel, der kommt aus Frankfurt sogar. Und der hat ja schon vorher, 2003, Texas Chainsaw Massacre geremaked, in Anführungsstrichen. Und das ist ja auch von Michael Bay produziert. Wie findest du das Remake von Texas Chainsaw? Findest du das auch schlecht oder findest du das gelungen? Das finde ich nicht so schlecht. Das ist eigentlich gelungen. Ja, würde ich auch sagen, das ist ein guter Film, gefällt mir viel besser als das Original. Also das Original mag ich gar nicht. Deswegen lag es eigentlich irgendwie nah, dass er dann jetzt nochmal einen Film von damals neu macht. Also er hat mit Texas Chainsaw angefangen, jetzt muss es dann eben Freiheit der 13. sein. Auch dann wieder mit Michael Bay zusammengearbeitet, aber der ging dann nach hinten los, deiner Meinung nach. Also der ist jetzt nicht so gut geworden. Also ich habe den gestern erst gesehen, deshalb habe ich den noch gut in Erinnerung. Und da gibt es halt sehr viel, was mich schon fast aufgeregt hat. Ja, erzähl mal. Erzähl mal die Punkte, die dich aufregen. Das wollen wir jetzt wissen. Auch das ganze Verhalten von diesen Teenagern da, das ist so stereotypisch, so klischeehaft. Also denen geht es allen nur um Sex oder Kiffen oder Saufen. Was anderes haben die nicht im Kopf und auch wie die sich untereinander unterhalten. Das ist so schlecht dargestellt. Ja, dann weiß man auch im Film irgendwie immer direkt schon vorher, was passiert. Ja, ja. Immer da, wo die Kamera ist, weiß man, der stirbt als nächstes, ne? Ja, und der Jason ist auch irgendwie allmächtig. Der weiß immer genau, wo die stehen, wo die lang gehen. Und der steht dann immer direkt hinter denen. Ist es denn auch wirklich Jason hier? Es ist ja eigentlich seine Mutter. Ja, im Original ist es seine Mutter. Im Remake wird diese Geschichte von der Mutter nur kurz im Vorspann erklärt. Ja. Da wird dann gesagt, sie wurde enthauptet und der Jason musste das mit ansehen. Und jetzt ist Jason auf so einem ewigen Rachezug. Das macht doch irgendwie gar keinen Sinn. Ja. Dass er da die ganzen Teenager, die da zum See kommen, dass er da einen nach dem anderen umbringt. Die haben ja nicht so viel damit zu tun, ne? Nee, er hat eigentlich gar kein Motiv dazu. Ja, richtig, ja. Das hatte ich aber auch schon gesagt bei dem Gespräch mit Christian zum ersten Original. Haben wir ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ist ja veröffentlicht am Freitag, den 13. worden. Ja, dieses Jahr. Ja. Und hatte auch zum ersten Mal den Film gesehen. Ich kannte den gar nicht. Der ist also wirklich 42 Jahre mir vorbeigegangen. Hab das gleich aber auch gesagt. Also selbst jetzt kann man ja auch sagen, was hat seine Mutter dann bitteschön für ein Problem mit den jungen Teenagern. Weil ihr Sohn vor etlichen Jahren gestorben ist im See, also ertrunken ist oder irgendwie sowas. Was bitteschön, was haben die Kinder damit zu tun, weißt du? Ja, das kann ich aber noch ein bisschen nachvollziehen. Also es geht ja da um so ein Camp, so ein Feriencamp. Ja. Und der Jason wird von den anderen Kindern da in den See geschubst und die Mutter denkt, er ertrinkt oder vielleicht ertrinkt er auch wirklich. Und sie gibt den Betreuern die Schuld, weil die Betreuer halt nicht aufgepasst haben. Ah ja. Und auch mit Sex und Drogen neben beschäftigt waren. Und deshalb gibt sie halt den Betreuern von diesem Camp die Schuld. Und als sie das Camp dann wieder neu aufbauen, will sie das halt wieder verhindern und bringt dann alle um. Das ist dann die Schlussfolge, das ist die logische Schlussfolge dann, ne? Ja. Ganz klar. Also ich habe das Remake einmal gesehen. Als es neu war, da habe ich mir es angeguckt und ich habe das so in Erinnerung, dass ich mich an nichts erinnere. Ja. Okay. Also ging an mir völlig vorbei und war richtig lahm. Und einfach nur, wie du gerade gesagt hast, ein Slasher, einer nach dem anderen wird gekillt. Klar hat er wohl auch seine spannenden Momente zwischendrin mal, aber es ist streng genommen doch schon nichtsagend. Also wenn du das vergleichst mit dem genialen Texas Chainsaw Massacre, den er, ich glaube, sieben Jahre vorher gemacht hat. Also der ist ja atmosphärisch ein Hammer. Ja, also das ist ja auch wirklich. Ja, der ist voll in Ordnung. Ja. Den kann man gucken. Ich wollte den damals nicht gucken. Ähm, ich habe das schon erzählt in der, es gibt ja eine Folge zu dem Film. Ähm, ich schneide es noch kurz an. Mein Bruder hat damals gesagt, der will mir was zeigen. Und ich hatte ehrlich gesagt nicht so Bock drauf. Ähm, und als ich dann gesehen habe, Texas Chainsaw, ach, dachte ich mir, nee, habe ich keine Lust zu. Und dann meinte er, nee, Alex, bleib mal dran. Also wir müssen den wirklich mal gucken. Und letztendlich haben wir ihn durchgeschaut, weil der so assi war, ne? So richtig asozial und spannend und krank und brutal und alles hat der vereint. Und der hat das wirklich richtig gut gemacht. Also mir hat der Film sehr super gefallen. Und, ja, darauf hat man sich dann ausgeruht und gesagt, wir machen das gleiche jetzt mit Freighter 13. auch nochmal. Und das ist dann letzten Endes dann nur 0815 Slasher-Scheiße, ne? Ja, genau. Der Film ist ein bisschen zweigeteilt. Äh, ich glaube die ersten 15, 20 Minuten. Ähm, da kommen natürlich fünf Teenager zu dem See. Die werden natürlich einer nach dem anderen abgeschlachtet. Und, äh, nee, außer einer. Er nimmt eine gefangen. Und das erschließt sich mir auch nicht, warum er das tut. Einer hält er dann in so einem Keller gefangen. Ja, okay. Und ihr Bruder macht sich dann auf den Weg, weil sie halt, äh, wochenlang nicht nach Hause kommt, ähm, macht er sich auf den Weg, um sie zu suchen. Und dann werden sieben neue Teenager eingeführt, die dann auch wieder einer nach dem anderen abgeschlachtet werden. Mhm. Und, ja, dieser Jason, der wird auch zu übermächtig dargestellt, meiner Meinung nach. Er kann alles. Dass er, wenn er die Machete, ähm, da irgendwo reinhaut, dann hat er direkt den ganzen Körper gespalten. Das ist zu krass dargestellt. Ich bin ja eh kein Fan von Jason, ne? Ich, das hatte ich jetzt hier auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich mit, ähm, Splatter nichts anfangen kann. Und auch nicht mit Slasher so viel. Es gibt Filme, die machen Spaß, in Anführungszeichen. Aber Jason ist für mich doch wirklich ganz hinten irgendwo. Also, das ist eine Reihe, mit der ich nichts anfangen kann. Jetzt habe ich das Original natürlich mal geguckt, weil es halt kultig ist. Aber die weiteren Titel, also von 2 bis, was weiß ich, 68, interessieren mich jetzt wirklich gar nicht mehr. Ja, ist bei mir ähnlich. Also, ich bin kein großer Fan, aber ich habe die beiden, also das Original und das Remake habe ich gesehen. Aber die ganzen Fortsetzungen vom Original habe ich mir auch nicht angetan. Mhm, okay. Ich habe, ähm, jetzt müssen wir aber auch erwähnen, dass wir hier Kevin Bacon haben, ne? In seiner ersten Rolle, nachdem wir jetzt gerade von Johnny Depp sprachen, in seiner ersten Rolle. Aber, ja, den Film habe ich gestern frisch gesehen. Vielleicht habe ich den deshalb auch auf eins genommen. Ja. Aber der hat mir so gar nicht gefallen. Na klar, ich meine, gut, es geht natürlich hier um deine eigene Meinung, logischerweise. Und, ähm, du kannst natürlich auch nur das nennen, was du auch kennst. Und nicht, äh, Titel nennen hier, die du noch nicht gesehen hast, logischerweise, ne? Ja, ist ja klar. Ist ja klar. Ja, ähm, ja, interessant. Okay, super. Dann, ähm, komme ich jetzt mal mit meinem ersten Platz, ja, der schlechtesten Remakes. Ich hatte ja gesagt gehabt, ne, das erste aus Asien, das zweite war ja jetzt aus, ähm, Dänemark. Und mein Platz eins ist aus Schweden. Ursprünglich. Hast du eine Idee? Aus Schweden? Muss man nicht mal drauf kommen, ne? Okay, also, das schlechteste Remake ever ist, äh, von Verblendung, Stieg Larsons Verblendung. Das ist ein Film, und wenn ich jetzt vom Original, ähm, jetzt noch kurz ausgehe, ist ein super, super, klasse Thriller. Ein, ein hochinteressant erzählter, spannender Film. Er hat mich damals zuerst überhaupt nicht interessiert, aber als ich ihn mir dann als erstes Mal anschaute, zu Hause, ich war nicht mit im Kino. Ich weiß, dass meine, ähm, Schwägerin und mein Bruder damals im Kino waren, wollten mich mitnehmen. Ich sagte, nö, kein Bock, mich interessiert jetzt kein schwedischer Film. Und letzten Endes hast du ja nur diese Gothic-Frau vorne drauf, die mich ja gar nicht interessiert. Ja, und das war halt ein großer Fehler, weil Verblendung einer meiner wirklich besten Thriller ist, die man so mal geguckt haben muss. Ich gehe jetzt mal davon aus, du hast ihn nicht gesehen. Doch, ich habe das Remake gesehen, von 2011. Ah ja, gut, darum geht es gerade. Und den, ich muss auch sagen, den fand ich gar nicht so schlecht, ich fand den eigentlich gut. Okay, okay. Aber ich habe das Original nicht gesehen, ich habe keinen Vergleich. Du hast keinen Vergleich, darum geht es nämlich. Weil es ist ja so, dass es hier natürlich um die Lisbeth Zalanda-Trilogie geht, aber ich rede nur vom ersten Teil. Verblendung war wirklich fantastisch, denn die anderen Titel, die danach kamen, Verdammnis und Vergebung, die waren wirklich richtig, richtig langweilig. Also die Originale meine ich jetzt, also die schwedischen, das war nichts Besonderes. Das fand ich furchtbar. Das war mir auch zu politisch. Das war, kurze. Aber Verblendung war ein hochinteressanter Film. Das Problem, das ich mit dem Remake habe, jetzt reden wir ja hier von einem David Fincher Film. Ja, und da muss man ja schon mal sagen, der macht ja eigentlich wenig Schlechtes. Und wir haben Daniel Craig in der Hauptrolle. Aber trotzdem rettet das einfach überhaupt nicht weg. Der Film ist so scheiße erzählt. Einfach so eine lahme Krücke. Wenn du das vergleichst mit dem ersten Teil, mit dem Original meine ich, wirst du das auch nachvollziehen können. Gut, du hast jetzt das Remake gesehen. Es kann sein, dass sich jetzt natürlich im Gegensatz das Original langweilen wird. Die verbinden hier auch zwei Filme miteinander. Also was in dem schwedischen Original wirklich nur der eine Film ist, machen sie in dem Remake mit zwei Filmen. Also sie nehmen die Geschichte Verblendung und packen aber noch ein bisschen Verdammnis mit rein. Also Dinge, die im Verdammnis eigentlich erst passieren, passieren hier schon in dem Remake. Und das ist nicht normal, aber es ist eigentlich so nicht der Fall. Und ich muss echt sagen, der Film wird auch so husch husch erzählt. Also es geht hier ja um unseren Michael Blomquist, der gebeten wird, herauszufinden, wo diese, glaube ich, Nichte von diesem alten Mann dieser reichen Familie geblieben ist. Die ist nämlich irgendwie 1966 Burles verschwunden und er weiß einfach nicht, wo sie ist, aber sie ist wahrscheinlich umgebracht worden. Und der Täter, der verarscht ihn noch, indem jedes Jahr irgendwie so eine getrocknete Blume geschickt wird. Und er bittet jetzt den Blomquist zu gucken, wo sie sein kann, was passiert ist. Und er fängt jetzt an mit uralten Dias und Bildern und Zeitungsartikeln, weil es ja eine bekannte Familie ist, nach und nach herauszufinden, was mit diesem Mädchen passiert ist. Und das schafft er auch. Und das ist super interessant. Ich finde es ja schon immer toll, deswegen gefällt mir ja zum Beispiel auch 8mm so gut, wenn es um etwas geht, das schon lange passiert war. Ja, also es muss was herausgefunden werden, was schon viele Jahre war, bevor der Film überhaupt anfing. Und dass er dann wirklich sich durch diese ganzen Bilder und Akten wühlen kann, um herauszufinden, was mit diesem Mädchen passiert ist. Das ist so toll erzählt und spannend noch dazu. Es gibt so ein paar Nebenplots, die sind so politisch wieder angehaucht, die interessieren nicht so. Aber diese Geschichte ist wirklich super und ich war sowas von begeistert, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Und hier im Remake mit Daniel Craig wird das alles so schnell husch husch erzählt zu Beginn, dass ich mir dachte, wenn man das Original nie gesehen hat, dann versteht man doch gar nicht, worum es jetzt geht. Das war das erste Mal völlig unnötig, weil das Original so toll ist und dann hat Fincher hier keinen guten Film abgeliefert. Also wenn man das vergleicht mit dem Original, wirklich nicht gut geworden. Okay, ja wie gesagt, ich fand den Film eigentlich ganz gut, aber ich kenne das Original nicht. Dann muss das Original ja richtig überragend sein. Also der ist wirklich super. Ich kann ihn echt nur jedem empfehlen. Viele möchten vielleicht auch sagen oder sagen sich auch, obwohl das natürlich ein großer Fehler ist, skandinavische Serien und Filme sind ja wirklich im Kommen. Also man weiß, dass man da Qualität guckt und nicht so Einheitsbrei aus den USA zum Beispiel. Auf keinen Fall sagen, das ist aus Schweden, das gucke ich mir nicht an. Ja, also hier kann man natürlich auch sagen, man guckt es auf Deutsch. Das würde ich mir jetzt auch nicht auf Schwedisch angucken. Da gibt es jetzt keinen Grund für, weil ich ja dann doch viel Original gucke. Aber in dem Fall mache ich das auch nicht. Ich habe gelesen, dass viele mit dem Schauspieler absolut nicht zufrieden sind, der hier unsere Figur spielt. Also Michael Blomquist, weil der wohl ganz anders im Buch rüberkommt, als er dann letzten Endes dargestellt wird im Film. Also viele sind mit der Figur nicht zufrieden. Aber dadurch, dass ich die Bücher nicht kenne und nie ein Bild hatte von ihm, kann ich jetzt auch nicht sagen, der passt nicht. Und das ist halt ein wirklich sehr gut gemachter, spannender Thriller. Und ich muss echt sagen, guckt euch das Original aus Schweden an. Wenn ihr jetzt gesagt habt, das Remake hat mir nicht gefallen, lieber mal dem schwedischen Original eine Chance geben, der 2009 dann gedreht wurde. Und du hast jetzt gesagt, dir gefällt das Remake, okay. Aber vielleicht auch, weil du halt einfach das Original nicht kennst. Ja, wahrscheinlich. Was hat dir denn so gut gefallen an dem mit Daniel Craig? Ja, ich fand die ganze Atmosphäre, fand ich ziemlich spannend, beklemmend, aber so auf eine positive Weise beklemmend, weißt du. Ja. Mir hat er gefallen. Okay, dann versuch dir nochmal das Original zu geben. Vielleicht verstehst du dann, was ich damit meine. Aber ich glaube auch, dass man sowieso doch immer lieber so das erste mag, was man sieht. Ich glaube, sich denn auf ein was anderes umzuswitchen ist, glaube ich, eher schwer. Das ist ja auch bei diesen alten Klassikerfilmen hier wie Nightmare on Elf Street oder Freitag der 13. Man kennt das Original, man ist damit aufgewachsen oder man kennt es aus der Vergangenheit und man hat sich daran gewöhnt. Richtig. Und wenn das dann neu verfilmt wird, dann ist die Latte schon sehr hoch. Ja. Und deshalb dann auch schwierig nochmal zu übertreffen. Ja, das geht mir auch genauso. Also wenn ich irgendwelche Sachen erstelle hier zum Beispiel für den Podcast oder so, dann ist es oft so, dass ich mit dem ersten Ergebnis zufriedener bin als mit dem zweiten. Und so ist es halt auch bei einem Film so. Du hattest jetzt zuerst das Remake geguckt und dann guckt man irgendwann das Original und findet das doof und umgekehrt. Deswegen hast du jetzt natürlich schon ganz andere Schauspieler im Kopf jetzt, was das Remake angeht. Aber vielleicht kannst du dich ja irgendwann mal auf das Original einlassen. Also auf jeden Fall eine große Empfehlung. Kommt auch auf die Liste. Sehr gut. Sehr gut. Und wenn du dann einen von den Filmen geguckt hast, musst du mir aber auch Bescheid geben. Dann musst du sagen, wie sie es dir gefallen haben. Okay. Ja, war ich. Sehr gut. Okay. Ja, gut. Dann war es das. Dann waren das unsere Eins, Zwei und Drei. Also ich bin von Asien dann nach Dänemark und dann nochmal ein bisschen weiter hoch nach Schweden gegangen. Du bist komplett in Amerika geblieben. Genau. Gibt es noch so ein paar andere Remakes, wo du sagst, die völlig unnötig waren, die dir so einfallen, wo du so denkst, oh mein Gott, was haben die sich dabei gedacht? Ja, nicht unnötig. Ja, nicht unnötig. Ich habe noch ein paar Beispiele, wo ich sagen würde, das ist beides gut, aber wäre jetzt nicht notwendig gewesen. Das sind auch ausländische Filme wie zum Beispiel Funny Games. Ja, okay. Da habe ich zum Beispiel erst das Remake gesehen und dann irgendwann das österreichische Original und finde halt auch heute noch und jetzt werden viele schimpfen. Ich finde das Remake aus Amerika besser, obwohl es der gleiche Film ist. Ja, okay, könnte man sagen. Was hast du noch für Titel? Wreck und Quarantäne. Ja. Das ist ja fast derselbe Film, nur einmal amerikanisch, einmal, ich glaube, Original kommt aus Spanien. Ist auch ein Jahr später direkt neu verfilmt worden. Ja, und Quarantäne war so unnötig, ne? Absolut unnötig. Ja, fast derselbe Film, also ich weiß nicht, warum die Amerikaner das machen. Ja, weil keiner Untertitel lesen mag. Ja gut, man könnte auch synchronisieren. Das wollen die auch nicht gucken. Aber es sind wahrscheinlich auch zu viel Arbeit. Ja, und zu viel Arbeit, genau. Ja, Carrie gibt es noch. Der wurde ja sogar zweimal neu verfilmt. Das stimmt. Das Original ist auch schon sehr alt, das ist von 1976. Ja, richtig, ja. Also da finde ich auch die Neuverfilmung in Ordnung, so wie das Original auch. Ja, das ist ja mit diesem Mädel, die heißt doch Chloe Mottes, irgendwie sowas, ne? Die hat den zwei Nachnamen, das ist ja eigentlich eine hübsche. Der hat man halt einfach nicht dieses Mädchen abgekauft. Die alle dissen, die ganze Zeit. Also die war irgendwie viel besetzt, weil das ja eigentlich süß ist. Die war so rübsch, ja. Ja, ich habe ja auch ein paar Titel aufgeschrieben. Also Psycho zum Beispiel, den haben sie ja mal mit Vince Vaughn neu gedreht. Das war so unnötig wie eine Warze am Arsch, ja. Kann man nicht anders ausdrücken. Also völliger, völliger Unsinn, den gleichen Film nochmal zu drehen, absolut sinnlos. Dann wurde der Nebel 2005 nochmal neu verfilmt. Also das Original ist ja von John Carpenter, der war ja dann Anfang der 80er. Und dann haben sie gemeint, den drehen wir jetzt auch nochmal neu. Und den hat auch kein Mensch geguckt, da habe ich niemals irgendwas Gutes von gehört. Und dann habe ich auch Nightmare hier stehen. Habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass ich den ja auch aufgeschrieben habe. Und dann wurde ja mit Leif Schreiber das Omen nochmal neu verfilmt. Und da ist das Original ja auch ein Hammer. Und ist ebenfalls so eine unnötige, unnötige Neuverfilmung gewesen, die kein Mensch braucht auf der Welt. Also da kann man auch natürlich lieber beim Original bleiben, was auch heute noch richtig, richtig gut ist. Ja, und es gibt natürlich noch viele weitere Remakes, die scheiße sind. Aber das sind jetzt so Titel, die mir noch so eingefallen sind. Da bist du aber ein bisschen hart, finde ich. Natürlich sind die nicht schlecht, die sind halt unnötig, sagen wir mal so, ja. Also die drei Titel, die ich jetzt genannt habe auf 3, 2 und 1, die sind schlecht. Also das bin ich ganz eindeutig der Meinung. Wenn du jetzt mit Psycho und der Nebel und das Omen und Nightmare und sowas kommst zum Beispiel, sind das trotzdem gut gemachte Filme. Sie sind vielleicht nicht unbedingt so richtig schlecht, aber sie sind halt extrem unnötig, ne. Ja gut, also ich finde, wenn die Filme schon sehr alt sind, so frühe 80er, Ende der 70er, dann wird es irgendwann mal Zeit, die in die neue Zeit zu bringen. Da finde ich Remakes, also die Idee, einen Remakes zu machen, finde ich da schon angebracht. Ja. Aber dann sollte man es auch wirklich gut machen und sich ein bisschen Mühe geben. Das stimmt, das stimmt. Also ich kann das ja verstehen, das habe ich gestern auch gelesen erst und da war ich auch der Meinung, wenn ein Film wirklich so extrem alt ist, dass die heutige Zeit ihn gar nicht kennen kann mehr. Ja, also wie zum Beispiel, wenn wir jetzt von Filmen reden, die aus den 50ern sind, ja, oder 60er. Und man sagt jetzt, man nimmt diese Idee und macht das nochmal neu. Das hat man ja auch mit vielen Sachen gemacht, zum Beispiel die Fliege, ja, war ja super Remake. Der Blob ist ein super Remake, ne. Das sind alles eigentlich Filme, die in den 50ern entstanden sind. Das finde ich ist eine sehr gute Idee. Oder wenn man auch sagt, zum Beispiel Dracula verfilmt man nochmal neu, ja, was man ja auch gemacht hat. 92 ist ja eine super Verfilmung entstanden. Das kann ich auch alles nachvollziehen. Aber sich dann Filme zu nehmen, die erst wenige Jahrzehnte alt sind und die dann neu zu machen. Und das ist halt einfach so ein Quatsch. Das ist so unnötig, ja. Das kann ich halt einfach nicht nachvollziehen. Oder ein Jahr später direkt schon. Ja, richtig. Bei Wreck und Quarantäne. Genau. Da ging es halt nur darum, weil es ja halt ins amerikanische Land kommen sollte, der Film. Ja, unnötig. Aber völlig unnötig, ja. Ja, also ich kann Remakes auch verstehen. Ich bin auch, finde es auch gut, dass sie gesagt haben, sie nehmen die asiatischen Horrorfilme und machen die nochmal neu. Da gibt es ja auch viele gute Sachen, muss man ja echt sagen. Aber jetzt haben wir aber ganz schön gelästert. Ja, manchmal muss es sein. Ja, manchmal muss es sein. Man muss ja raushauen, ne? Genau. Ja, in Ordnung. Okay. Dann haben wir doch ein nettes Gespräch geführt. Ja. Ich danke dir, dass du dich bereit erklärt hast, so kurzfristig dabei zu sein. Gerne doch. Gerne wieder auch. Ja. Dann danke ich dir für deine Zeit und für deine Liste. Es war sehr interessant. Ich danke dir. Ja, gerne, gerne. Dann bis zum nächsten Mal, ja. Mach's gut, Alex. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror. So, Leute. Und wie versprochen gehe ich jetzt noch ein bisschen auf eure Kommentare ein, die bei Instagram, Facebook und bei Spotify hinterlassen wurden, zu der letzten Folge und zwar zu Backcountry. Und da sind ein paar Kommentare eingegangen, nicht viele, aber vielleicht werden es ja in der nächsten Folge dafür ein bisschen mehr. Es gibt zum Beispiel einen Hörer, Nerdy Krempel heißt da, das ist sein Accountname, der hat geschrieben, oh, das freut mich jetzt aber, dass ihr diesen Film besprochen habt. Den habe ich gerade erst gesehen, auf deinen Tipp hin und habe mich auch über die Blödheit des Hauptdarstellers geärgert. Ja, das stimmt, das ist richtig. Im Film haben wir uns ja wirklich ein bisschen aufgeregt, die Luisa und ich, wie man so doof sein kann und völlig ziellos in den Wald rennen kann. Deswegen kann man sich da nur ärgern. Und auf meinen Tipp hin meint er, weil ich in einer Folge über die Top 3 der besten Tierhorrorfilme mit Mimi gesprochen habe und da war Backcountry auf Platz 3 bei mir. Übrigens habe ich im Nachhinein festgestellt, dass es eigentlich gar nicht Country, sondern Country ausgesprochen wird. Wie das Country eben, ich weiß nicht, wie ich auf Country gekommen bin, aber tatsächlich ist Backcountry wohl die richtige Aussprache. Aber naja, das habe ich jetzt erst im Nachhinein kapiert. Auf Facebook gab es einen Kommentar zur Folge, leider nur, aber Facebook, naja, ich meine, wir wissen alle, irgendwie stirbt das aus. Der Benedikt hat geschrieben, dass sein Freitag gerettet ist. Das freut mich, das schreibt er mehrfach und deswegen einen Dank und einen Gruß an Benedikt für die lieben Kommentare, die ich öfter bekomme. Zwei Kommentare hat es dann noch gegeben zur Folge bei Spotify und zwar gibt es da den Fabian, der hat geschrieben, super Folge mal wieder, ich höre dich jeden Tag. Du bist genau auf meiner Wellenlänge, würde mich sehr gerne mal mit dir unterhalten. Wie kann man dich denn am besten kontaktieren? Liebe Grüße aus Bremen. Ja, viele Grüße gehen nach Norden zurück. Ich kann bei Spotify nicht antworten. Ich kann nur die Kommentare, die ihr hinterlasst, veröffentlichen oder auch eben nicht. Und deswegen muss ich jetzt sagen, dass ich natürlich über, das wisst ihr ja logischerweise auch, über Instagram, Facebook und auch über WhatsApp erreichbar bin. Discord gibt es ja auch, Skype wäre noch möglich, per E-Mail, die altmodische Art und Weise. Das ist natürlich alles machbar, selbstverständlich und da bin ich dann auch zu erreichen. Dann gibt es noch Shoshana Honigbäre, ein wunderschöner Name, besonders der Nachname ist ganz toll. Tolle Folge, ein sehr guter, sehr atmosphärischer Film, der keine Jumpscares braucht, das stimmt. Umso krasser der Bärenangriff, ich war echt geschockt, mir wurde richtig übel, danke für den Tipp. Es ist genau richtig, dieser Film braucht keine Jumpscares. Die Spannung, die sich aufgrund des Verlaufens im Wald aufbaut, ist einfach spannend genug und da muss man nicht den Film dann noch ruinieren mit völlig blödsinnigen und unnötigen Jumpscares. Und dann gibt es noch die Lilly, die hier ebenfalls kommentiert hat, an Fabian gerichtet, dass der Host hier nicht antworten kann, aber man findet ihn unter demselben Namen bei Instagram und Facebook. Vielen Dank für die Aufklärung an die Lilly. Ja, und das war es auch schon gewesen, es sind nicht so viele Kommentare eingegangen, vielleicht kommen ja in der nächsten Folge mehr, darauf werde ich dann natürlich auch wieder eingehen. Jetzt heißt es aber Feierabend für heute, wir hören uns am Freitag wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.